herzlich willkommen du herr der ringe fänder draußen ja schön dass du zu einer neuen runde mordor schatten eingeschalten hast ich befinde mich hier jetzt in diesem komischen ja gebiet hier unten wo ich nun ja so am ende hin nicht langsam befinde beziehungsweise ja wir gehen langsam dem ende hin ich habe mir ein bisschen was überlegt was ich jetzt noch machen werden soll ich mir so ein bisschen angeguckt das war jetzt erstmal schnell diese höhle rein hier irgendwo rum geistert hier ist irgendwo ein höhleneingang wahrscheinlich die scherter gehen wir in diese höhle rein und holen uns diesen dieses achievement hier aber dann haben wir es wenigstens dank des waldläufers haben sich letzte die verfluchten fliegen verfolgen mich ich kann kaum einen schritt ohne ihr ständiges summen tun ich wollte die sklavenstadt die orks besitzen ein gefängnis dort und haben genug menschen in ihrer gewalt um die minen und mühlen der ganzen stadt zu betreiben doch da war sie eine einzige stinkende fliege ich konnte ihr sonnen hören bloß sehen konnte ich sie nicht das bieße ist mir gefolgt ich schwöre es da saß ich auf einem schiff mitten im nurnen meer mit nur dieser fliege als gesellschaft als wüsste sie etwas als beobachtete sie mich die ganze zeit diese summen und brummen findet kein ende mehr ganz gleich ob ich schlafe oder ob ich mein geschäft verrichte ich höre sie sie sind in meinem kopf sie sollen aufhören ok krass das ist auch komplett fertig hier finden sie noch ein paar monströse monster sachen hier finden uns eigentlich nur noch so ein paar charaktere hier haben wir fast alles hier fast alles und hier ok der heraufziehende krieg wird mittelerde verschlägen viele mächte setzen ihre steine auf das feld das sind gleichgewicht alles klärchen jetzt wo ist ein chef von mir wir sind zwei stück ich will zum verdorbenen denn ich will eine revolte starten wieder das ist mal so am lustigsten eine revolte zu starten das wirklich am meisten machen das ist mal saulustig kann es wirklich mal richtig viel und richtig schön was machen so wir wollte starten machen was hier mal annehmen der verdorbene der junge kann ja mal beherrschen befehligen und dann solle eine revolte starten ist er da eigentlich für details schwächen für stärken immun gegen schleichen immun gegen fern boah ok ok der ist halt auch ein ziemlich hartes brettchen der junge so wo ist die revolte aber das kriegen wir jetzt erstmal noch ne ich glaube wir sind so schneller gereist da und dort zack zur revolte sind auch nicht mehr so schwach vor allem noch mal zwei pfeile mehr das ist auch perfekt können wir wieder zwei mehr killen vielleicht hätten wir aber den fokus noch ein bisschen hoch stellen können also noch mal um eins wäre vielleicht auch gar nicht so verkehrt gewesen das war mal nicht den letzten annehmen Dein Blut wird das Feld beflecken es gibt es gibt es ist gut gut Glückwunsch! Ja, auf. Nein! was jetzt brandmarken mit den wir haben alle sehr schön mit beiden aus den augen jetzt haben wir alle unsere häuptlinge die Anführerin dieser gefloene Sklaven muss als erstes sterben sie wird langsam zu mächtig los 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 was haben wir hier ach so okay das wäre jetzt nur das gewesen alles klar wenn ihr nicht auf was werfe ich euch den Karagor zum Frass vor jetzt haltet eure Augen offen so beherrschen befehligen wir haben ja jetzt hier alle ne den will ich noch haben jetzt können wir noch eine Revolte machen okay aber wir haben jetzt alle gebrannt markt ja dann machen wir das demnächst mal hier haben wir jetzt alles wir haben jetzt überall unsere Chiefs ne das heißt wir haben das dann würde ich hier wirklich mal diese Jagdmission machen noch schnell so Büschen noch so ein wenig die Haken gehen ich bin echt am überlegen ob ich diese komischen Dolch Missionen weglasse diese Nebenquests ich weiß es noch nicht ich bin halt irgendwie so denk so hm irgendwie machen die mir nicht so Spaß ne ich hoffe meine Narben erschrecken dich nicht nein im Gegenteil ich trage selbst ein paar sicher was für Narben kann man beim schwarzen Tor schon bekommen aber du kannst dir nicht mehr und du kannst dich schwarzen dass du dich schwarzen wenn du dich schwarzen du bist du dich schwarzen du hast deine Stimme gelitten als du deine Soldaten in die Schlacht schicktest sei vorsichtig meine Narben verlaufen äußerst tief Der mächtige Krauk hat mir die hier verpasst. Außerdem hat er meinen Jagdgefährten erwischt. Also, was nun? Eine weitere Lektion für dich, Jungchen. Vielleicht kommst du diesmal ohne Narben davon. Also, welche Schwachsinnslektion planst du diesmal? Auf Kräberinschießen als Vorbereitung für den mächtigen Krauk? Du willst Grauks jagen? So sei es. Aber nicht irgendeinen. Das ist ein seltenes Exemplar. Er sucht sich ein Revier und ist stark genug, um es zu verteidigen. Und du und ich, wir sind Eindringlinge. Sag, Jungchen, hast du je einen Grauk erlegt? Heute töte ich den ersten von vielen. Jetzt sprichst du wie ein Jäger. Mein Bauch sagt mir, dass du das hier überleben könntest, Jungchen. Da dein Bauch dein größtes Körperteil ist, könntest du recht haben. Du hast doch sicher einen Plan, um den Grauk zu bezwingen. Den habe ich, Jungchen. Und da du so gut Befehle befolgst, erkläre ich ihn dir Schritt für Schritt. Erster Schritt. Wenn er an einem Uruk naht, schleiche dich an die Bestie ran und bringe sein Fußgelenk zum Bluten. Warum nicht die Kehle? An einer Stelle sind die Grauks nicht mit stacheligen Schuppen übersät. Eine Schwachstelle wird nicht umsonst Graukferse genannt. Ich soll mich an die Bestie heranfirschen? Wenn du es kannst, ohne zermalmt zu werden, ja. Da ist er. Was für ein prächtiges Exemplar. Das ein prächtiges Ende findet. So, halte C gedrückt, um dich an die... Okay, düt, 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 alles klar. Dein Ernst, Alter. Da ist er. Was für ein prächtiges Exemplar. Das ein prächtiges Ende findet. Ich muss in die Ferse stechen, damit er blutet. Zweiter Schritt, Junkchen. Ich bin da selten über 20 Fuß groß. Oh, okay. Das Blut lockt Paragor an. Bring auf, bevor sie auf dich springen. Du bist nur so schnell wie der Grau. Lass dich vor dem Jagd. Ich erwarte dich. Das wird vielleicht ein Rett. Paragor bin ich zu langsam. Ohne Karagor bin ich zu langsam. So, wir gehen mal hier in die Mitte. Die sind oft hier. Das klingt recht einfach. Prost. Komm. Hey du! Ich habe schon größere Grauze erlebt. Da war ich noch ein Junge. Und mein Partner... Ich bin geil. Schieß ihm in den Kopf. Ich bin egal. Ohne ist ein Schnee? Ich bin manipulум. Die sind spuh бойlich. Das lässt uns überreffen. Sie können nur mir Fcas gucken. Das war ich für dich daran. Und die sind für boat. ok du hast die fähigkeit näher dich dem betäubenden grau ok die einfach wiederholen halter verwalter los es gibt keine vierten Schreck es sollte tot sein du musst es falsch gemacht haben ich befolge deine Befehle ja das ist dein Problem denk selbstständig ok los Ich hab eine Idee. Nice. Mein Gott. Ich hab eine Idee. Okay, was war's? Äh, C und E. Warum killen wir den? War doch cool. Respecct. 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 Haben wir es jetzt? Die finsternis Mordor scheint diesem... Jetzt haben wir hier noch, ne? Okay, dann haben wir die Jagdmission auch rum. Dann können wir hier uns noch hingesellen. Die sieben Ringe der Macht haben die Zwergenkönige nicht. Gehen wir mal hier noch hin. Du Geistern verwandelt. Hier ist die neuen Ringe mit den Menschentaten. Sie sind unbeugsam wie Stahl. Oh, ich weiß echt noch nicht. Und können nicht durch das Böse beharmen. Ich weiß aber echt noch nicht, ob ich... 187. Ich weiß echt noch nicht, ob ich diese Dolch-Missionen machen will. Deshalb schloss Auron sie zu vernichten. Vielleicht mal offscreen. Vielleicht probiere ich die auch offscreen mal. Ich meine, ihr wisst ja, um was es geht, ne? Ich glaube, da hat sich etwas mitfohlen. So muss man die dann noch... Ja, wir schauen mal, ob ich es noch irgendwie offscreen mache oder wie ich es mache. Ich will eigentlich schon die 100 voll haben, aber ja, wenn nicht, ist es halt auch so, ne? So, jetzt klettern wir hier noch kurz hoch, machen die Revolte fertig. Dann kriegen wir noch mal ein paar Pünktchen, ne? Ich reiche dir die Augen raus und du heulst Blut. Ich quetsche deine Augen mit meinen Fingern raus. Zeig denen, wer der Boss ist. Oh, das sind ja nur Schildträger. Ja, wo du den Verrätern gehörst. Dein Plan wird nicht gelingen. Abschaum. Also los, Jungs. Schlag die mit die Weisheit. Ich weiß mal, die Schildträger irgendwie alle wegmachen. Ich weiß mal, die Schildträger mit drüben sind. Ich weiß nicht, dich dich nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nicht herum, oder? Ja, ich weiß nicht. Schwung doch! Ach Gott, komm. Nein, was wird denn jetzt getötet? Achso, achso, okay, ich dachte, der wird getötet. Blast ihn. Schade, dass dieser großartige Kampf so schnell vorbei ist. Tötet die Überleifer. Komm her. Komm her. Höre, Mann, Willen. So steckst du bloß Prügel ein. Setz weg. Scheiße, ich hätte diesen Fogen... Oh, Mann. Okay, ja, dann haben wir die Revolte halt aufgelöst, aber... Ja. Gut, dann gehen wir hier hin und dann würde ich sagen, sehen wir uns hier in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut.